Moin, willkommen bei ReviewMirror zu einem kleinen Update bezüglich 3D-Drucker. In diesem Video hatte ich euch den Sion Windstorm S1 vorgestellt und da hatte ich ja auch schon so ein bisschen eine Kritik geübt und auch das Thumbnail, welches ihr hier noch mal seht, war so ein bisschen reißerig gemacht, weil ich da so ein Gefühl hatte, so ein Geschmäckle. Die Firma war auf einmal da und dann kam dieser Drucker, der hardwaremäßig wie gesagt super cool ist. Ich fand den echt super mit diesen ganzen Linear Rails und dieses aufgeräumte Design mit den Steckern ohne Kabel. Meiner Meinung nach hat das Zukunft. Aber die Firma hatte nur diesen Drucker im Sortiment und ich hatte ja da so ein bisschen Probleme. Da gab es einen Fehler bei meinem Drucker, den habe ich dann zurückgesendet nach Spanien. Ich fahre nach Spanien. Und dann war der Mitarbeiter weg bei Sion. Das wusste ich aber nicht. Da hat sich dann, ich glaube, monatelang nichts getan und Geekbying hat dann interveniert und auf einmal war dann nochmal ein Servicemitarbeiter für mich da und ich habe einen neuen bekommen und den habe ich auch jetzt verlost. Nochmal hier Glückwunsch an den Marcel, der hat den Gewinn gewonnen. Das habe ich in einem Beitrag letztens auch dann erwähnt. Aber auf was ich jetzt zurückkommen will, ist, es trug sich zu, dass ich einen Kommentar bekommen habe hier von einem Zuschauer und der meinte, ja, jetzt ist ja blöd, weil es gibt ja keine Ersatzteile mehr, weil Sion ist ja pleite. Und dann dachte ich so, okay, wie kommen wir jetzt dazu? Habe ich dann so zugegebenermaßen etwas schnippig gefragt, wie er jetzt darauf kommen würde. Sorry, aber ich war da total perplex. Und er meinte, ja, er hätte da Kontakt gehabt zu einem Support-Mitarbeiter, der ihm das gesagt hätte. Und auch die Webseite wäre offline. Und dann dachte ich noch so, naja, gut, eine Webseite kann ja mal offline sein. Kommt durchaus mal vor. Bin dann selber gucken gegangen. Ja, tatsächlich, wenn man hier guckt, sie ist tatsächlich offline. Und ja, dann dachte ich so, naja, kannst ja mal über Facebook fragen. Da gibt es ja eine Sion-Facebook-Seite. Habe ich dann auch gemacht und da kam aber nichts. Also da hatte ich mehrfach hingeschrieben und da kommt nur ein Reply auf Chinesisch und das ist bei mir ein bisschen eingerostet. Aber das war so in der Art, wir melden uns bei Ihnen, melden Sie sich nicht bei uns. Und da ist also auch nichts passiert. Jetzt machen wir hier mal noch eine kurze Bildschirmaufnahme hier vom Browser. Ich hatte nämlich eine E-Mail geschickt an Sion, an den Support. Und das ist, was ich zurückbekommen habe von meinem Internet-Dienstleister oder Mail-Dienstleister, dass die E-Mail, das ist eine Timeout-Gabe bei Verbindeversuch mit Sion.com, mit deren Mail-Server. Und das hat mich dann auch so ein bisschen aufhorchen lassen. Normalerweise wird wahrscheinlich dann im Laufe des Tages oder morgen nochmal eine kommen, dass die E-Mail nicht zugestellt werden konnte bzw. der Zustellversuch endgültig gescheitert ist. Wenn wir jetzt mal hier bei Google, ich habe das schon mal gemacht, aber ich drücke nochmal Return, Sion Windstorm S1 eingeben oder von mir aus auch nur Windstorm S1, machen wir es ohne Sion. Hier passiert gar nicht viel. Dann sieht man hier Sponsored Links, das waren vorher bestimmt 15, 20 Links aus allen verschiedenen Shops, wo dieser Drucker gelistet war. Das ist hier nicht mehr der Fall. Das heißt, es gibt keine gesponsorten Angebote mehr an der Stelle. Und die linken jetzt alle hier noch auf Geekbuying bzw. Geekmaxi. Man kann ihn anscheinend wohl noch kaufen für 200 noch was. 259 sehe ich hier bei 3D-Grenzenlos, die linken aber glaube ich auch auf Geekbuying. Und das ist halt schon jetzt ein schweres Indiz dafür, dass da irgendwas nicht stimmt. Und da möchte ich jetzt halt darum bitten, dass ihr da ein bisschen aufpasst. Es tut mir jetzt persönlich jetzt leid, dass ich diesen Drucker jetzt vorgestellt habe. Ich habe mich da so gefreut auf das Gerät und hatte auch Spaß. Und dass ich die Verlosung gemacht habe von diesem Gerät, für das es jetzt eventuell, ich sage mal unter Vorbehalt, keine Ersatzteile mehr gibt. Aber ich hatte den Gewinner, den Marcel, informiert und er hatte mir auch versichert, dass er den Gewinn annimmt, dass es kein Problem für ihn ist, dass er Bescheid weiß. Und ja, an der Stelle war es dann okay. Aber ich hatte dann schon so ein ungutes Gefühl, dort jetzt einen Drucker vorgestellt zu haben, den es jetzt nicht mehr gibt. Vorbehaltlich nicht mehr gibt. Das soll jetzt kein Rant sein an die Firma. Ich freue mich immer, wenn eine neue Firma da ist, wenn ein Newcomer kommt, wenn es dort Bewegung gibt. Weil ich glaube, dieses Druckermodell hat gezeigt, dass es gehen kann, dass man dieses ganze Kabelwirrwarr entwirren kann und das einfach modular aufbauen kann. Auch mit dem Netzteil hinten drin, mit diesem Einschub, fand ich sehr große Klasse. Und es hat ja auch funktioniert. Wäre noch Luft nach oben gewesen, auch softwaretechnisch. Aber da waren so ein paar Sachen wie jetzt zum Beispiel dann dieser Fan-Duck, der da gedruckt werden sollte, wo es dann, wo dann ein Fan-Duck beilag, dass wieder ein anderes Modell war, wie das auf dem USB-Stick was zu drucken wäre. Also und dann, das war so in sich nicht so ganz stimmig. Also was dann an der Hardwarefront relativ stimmig alles aufgebaut war, hat man dann so ein kleines bisschen an der Software wieder eingerissen mit dem Hinterteil, so salopp gesagt. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, vielleicht der ein oder andere hatte damit geliebäugelt, den zu kaufen. Also das als Hinweis, ich will jetzt da keine Warnung aussprechen, aber ja, beware, es ist halt so, dass aller Voraussicht nach, ich kann ja nur sagen, hätte, könnte, müsste. Ich weiß es nicht genau. Aber die Indizien sind halt schon erdrückend, die ich jetzt alle zusammengetragen habe. Ihr habt es ja gesehen. Und von daher ist es da an der Stelle jetzt so, wie es ist. Also das nochmal als Update in Sachen Xeon Windstorm S1. Tut mir echt leid, ich hätte es echt gern gesehen. Ich hoffe, da kommt noch was von denen, beziehungsweise es geht weiter in irgendeiner Art und Weise mit diesem Konzept, weil das hat mich schon überzeugt, dass man das so bauen kann und modular aufbauen kann mit den Steckern, wie das alles gemacht war. Vom Hotend her, von dem Portal, was nur eingesteckt wird. Der Drucker hat auch die Augen auf sich gezogen. Also in der Familie hat jeder so gesagt, oh, das ist ja mal, das ist ja was Cooles, das sieht ja cool aus. Ich weiß, Aussehen ist nicht alles an der Stelle, aber es hatte schon eine Wirkung auch. Und ich denke, dass das natürlich die Leute auch begeistert hat. Ich habe noch nichts gefunden darüber, über diese Thematik jetzt. Deshalb das Video an euch. Ich werde es auch nochmal in Englisch machen, nur damit es international auch dann nochmal rauskommt. Oder ich werde es versuchen in Englisch. Ich bin ja kein englischer Profi oder Englischprofi. Ich werde es aber trotzdem versuchen, in Englisch zu machen, damit hier alle informiert sind. Also, was denkt ihr darüber? Seid ihr vielleicht selber betroffen? Habt ihr es schon mitbekommen? Oder seid ihr jetzt vom Stuhl gefallen? Einfach unten in die Kommentare rein und wenn es Zeit ist, werde ich darauf antworten. Seid bitte lieb, ganz speziell an die Kollegen, die da zum Beispiel letztens bei meinem Atelier X3 da was reinkommentiert haben. Ich diskutiere gerne. Ich tausche gerne Argumente aus. Aber das können wir einfach auf Augenhöhe machen. Wir können dabei auch nett bleiben. Wir können dabei auch neutral bleiben. Das ist gar kein Thema. Aber hier Sachen zu unterstellen und irgendwelche, ja, in Richtung Beleidigungen schon fast zu gehen, das ist hier fehl am Platz. Ich sage immer, ich bin Druckanfänger. Das heißt, ich bin hier kein Philipp oder kein, was weiß ich, Onkel, wie heißt der, Onkel Dingsbums da, der die Drucker immer kaputt macht. Cool. Okay. Onkel Jesse, genau. Ich bin ein Anfänger beim 3D-Druck. Das heißt, ich freue mich immer über die Drucker. Deshalb gehe ich da auch unbedarft ran, versuche das aufzubauen. Und wenn mir da was auffällt, dann würde ich es euch mitteilen, weil euch, mit euch meine ich meistens Zuschauer, die mit 3D-Druck auch noch nicht so viel Erfahrung haben. Und da ist es doch immer ganz gut, wenn jemand vorher schon mal vortastet und schon mal das eine oder andere da sieht und bemerkt. Und dann vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung haben. Und da ist es doch immer ganz gut, wenn jemand vorher schon mal vortastet ein Video drüber machen kann. Es geht ja um Mehrwert und nicht um das drölf sich tausende Video von irgendeinem Drucker. Das versuche ich so gut. Es geht zu vermeiden. Das ist halt immer schwierig, wenn ich die Drucker erst drei Monate später bekomme, nachdem alle sie schon getestet haben. Aber okay, das ist das Leben des YouTubers, des kleinen YouTubers. Ist aber okay. Ich komme damit hin. Und deshalb nochmal die Bitte, seid bitte lieb. Ihr bekommt eine Antwort. Ich nehme mir die Zeit. Ich mache das gerne. Und wir können da über alles reden. Aber bitte sachlich, vernünftig und der Erwachsenen. Alles cool. Okay? Danke. Bleibt stabil und vor allen Dingen bleibt mir gesund. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos hier auf Review Mirror. Euer Alex. Ciao. Hallo von Review Mirror. Mein Name ist Alex und ich möchte Ihnen informieren Sie über ein Thema, welches sehr wichtig ist für einige Leute. Hier habe ich ein Video über den Sjöwen Windstorm S1 3D Printer. Es ist in Deutschland, weil ich einen deutschen Kanal. Aber ich habe das Video gemacht habe. Aber ich habe das Video in Deutschland und auch in Englisch gemacht, um meinen internationalen Viewer zu informieren, was mit Sjöwen passiert. Ein paar Tage vorhin, ich habe einen Kommentar von einem Viewer auf meinem Kanal bekommen. Er hat gesagt, dass es keine Spare Parts für Sjöwen gibt, weil die Firma ist Bankrupt. Und ich habe gesagt, okay. Was ist denn hier passiert? Und er hat mich auch gesagt, dass die Website aufbundet. Und dann habe ich gedacht, okay, die Website könnte aufbundet werden. Es sollte keine starken Indikation sein, dass die Firma eine große Probleme hat. Und ja, ich habe mich überlegt, und ich habe ein paar Website gesehen. Ich habe Google gesehen, ich habe YouTube gesehen. Aber niemand sagt überhaupt nichts über dieses Problem. Also, ich kam zu meinem Kontakt und habe einen E-Mail geschrieben. Und in parallel, ich habe ein Facebook-Site von Sjöwen. Ich habe auch ein paar Worte in da, aber es gab nur eine Chinese-Reply. Als mein Chines ist nicht so gut, ich konnte es nicht, aber ich denke, es ist, dass wir uns nicht contacten, wir uns contacten. Und das ist es. Also, mein E-Mail war nicht geantwortet. Aber ich kann Ihnen hier zeigen, dass ich ein E-Mail oder ein Bounce von der E-Mail-Server von Sjöwen nicht geantwortet, dass ein Zeitpunkt mit Sjöwen zu Sjöwen passiert. Das bedeutet, dass das nicht der Ende der E-Mail nicht geantwortet ist. Aber es ist eine Warnung. Und es wird oft nach ein paar Stunden oder vielleicht ein paar Tage, dass das E-Mail nicht geantwortet wird. Das ist auch ein E-Mail, dass das E-Mail nicht geantwortet wird. Das ist etwas falsch. Aber dann habe ich Google für Windstorm S1 oder, ich könnte auch Sjöwen-Sjöwen-Sjöwen-Sjöwen-Sjöwen. Und in den Sponsored Links in der ersten Reihe, usually, da waren 15 oder 20 Entries von Windstorm in verschiedenen Shoppen. Und es gibt nur drei. Eine ist ein Badminton-Racket oder so. Eine ist Geek Buying, die andere ist Ebay, die andere ist Geek Maxi. Und hier sind die Prices von 259, das ist 3D Grenzenlos. Das ist ein Shop in Deutschland. Das also indicates, dass die Shoppen ausgesprochen werden. Weil sie vielleicht wissen, dass es ein Problem ist. Und sie verlieren Kontakt mit der Firma. Oder die Firma vielleicht informiert die Shoppen. Ich weiß nicht. Ich habe auch ein paar Inquiere zu verschiedenen Shoppen zu hören, ob sie etwas anderes wissen. So, dieses Video ist nicht ein Rant gegen Sjöwen-Sjöwen-Sjöwen-Sjöwen-Sjöwen-Sjöwen-Sjöwen-Sjöwen-Sjöwen-Sjöwen-Sjöwen-Sjöwen. Die Firma war da. Und im Moment gab es diesen Printer. Und das ist alles. Ein Printer, die Firma, die Printer. Und okay, es ist kein Bamboo Lab. Ich weiß, es ist eine kleine Firma. Aber ja, es war nicht... Es fühlt sich nicht richtig. Und die Hardware ist sehr, sehr gut. Es sind alle Linear-Rails. Es ist mehr oder weniger ohne Kabel. Es sind alle socken. Ich denke, das ist das Zukunft der Printer. Und man sieht, ich finde, in der Kräality Ender 3v3... Man sieht die Kaste Aluminium und die Gantrie, wo man ein paar Schrauben dadurch wieder cordon kann. Und es alles scheint sehr, sehr nicht einfach. Und ich denke, das ist das Zukunft. Ich würde mehr davon glücklich sein, wenn die überlegenden Unternehmen mit anderen Designen als einen bestimmten Profil, Aluminium oder Aluminium… oder Aluminium, woher du in der Welt bist. Ich denke, es ist ein guter Hardware, ein guter Hardware, der Windstorm S1. Aber in der Software vielleicht, ja, es gibt auch Dinge zu tun und Dinge zu verbessern. Und so, in der Ende, ich bin nicht sicher, vielleicht gab es keine Zeit, um nichts zu verbessern. Vielleicht haben sie calculiert, sie verkauft viele Printers. Und was passiert, ich kann nicht sicher sagen, dass die Firma dead oder bankrupt ist. Aber die Indikation ist hier. Sie sehen es. Ich zeige es Ihnen. Ich zeige es Ihnen. Ich werde nichts mehr. Es ist nur für Sie, für Informationen. Wenn Sie eine von Ihnen planen, bitte beware, dass es die Spare Parten nicht gibt, oder es ist vielleicht schwer zu finden. Das ist es. Das ist es. Ich zeige, was passiert mit Sion. Ich habe das Video gemacht, und ich habe auch ein Prize-Games-Giveaway gemacht. Ein meiner Viewerinnen, Marcel, hat die Printer gewonnen. Und ich habe ihn bereits gesagt, dass es ein Problem ist. Aber er hat sich gesagt, mehr Informationen, vielleicht sind Sie ein Insider, oder so, bitte, 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 bis zum nächsten Mal. Okay, bis zum nächsten Mal. Alex von ReviewMirror. Bye-bye.